Gallimera und guten Abend bin ich heute hier mit der Costa Supermarcides, bin ich hier an der Tankstelle von Griechisland und bin ich hier unterwegs mit der Mastora von der Autowerkstatt in der Durchlauferhitzung und ist die ganze Erhitzung von der Klimatika spürbar hier auf der Insel, ist die Insel sehr heiß, ist heißer als gewöhnlich, ist die Wasser auch heißer und die Luft auch heißer und auch die Betriebepreise sind πολύ feste. Die Messe ist sehr feste. Wir haben die Stadt hier gebrochen, die in der Schweiz verabschiedet die Kaffee für die Russland, und für den Gazi und für die Ausbildung und für den Tourismus. Und es gibt nicht mehr Filanthropien, nicht mehr Politismus, Musik, Kultur. All das wird hier sein. Die Pyramide ist auf der Balm des Schalas und die Kaffee, die Städte wird hierhergevrige, die Städte wird. Die Städte wird hierhergevrige, die Städte wird hierhergevrige, die auf der Bühne, die sie hierhergevrige, das wird hierhergevrige, die Städte wird dann diese Städte, die Städte wird in die in die griechischen land ist mit die frontex soldaten ist mit die mit die steuersystem funktioniert ist jetzt nach dem lockt da ohne sie die zweite steuerfinanzsystem die zweite übernahme seite die 1935 die jr-mal sind die jr-mal sind und jetzt die zweite die jr-mal sind jetzt die jr-mal sind hier die jr-mal sind müssen wir schnell weg von der griechischen Land weil sie uns verabschieden sind und wir gehen und die Leute gehen uns in die Richtung. Wenn Sie bitte, bitte bitte auf den Paypal-Button und Sie helfen den Kostak-Supermarkt, der jetzt in der Beine ist. Bitte bitte, wir haben ein großes Problem. Die Kosten können wir nicht und wir können auch den Pappak nicht Und es ist eine die Möglichkeit, dass der Pappak nicht Es ist die letzte Zeit, meine Damen und Herren.